und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von genau heute ist wieder das schnittchen mit dabei was ja die letzten mal das letzte mal nicht die letzten mal die letzten mal nicht gekloppt hat ja ist ja nicht so schlimm jetzt immer hier hoch hoff ich genau wissen auf der neuen karte gespawn genau wenn wir hier mal weiter und wollen mal so ein zipfel erkunden ich stehe auf zipfen ich stehe auf zipfel du schweinchen so wir haben auf jeden fall ganz gute ausrüstung dabei ja ich habe das gesehen dass du abüssel ins global inventory gepackt ja ich habe gut weggepackt ja weil ich mir gedacht habe das problem ist nur wenn wir jetzt um wassermangel haben ich habe was an dem zipfel wo wir sind ist kein outpost die sterben hier wie die fliegen macht ja irgendwie hoffentlich ereilt uns dieses glück und glück wie auch immer nicht das ganz ist ausreichend rechts wie links genau kippen da leuchtet morgen leuchtet direkt wieder und für uns irgendwas kisten in der so kommen wir kriegen kommen auf ja los los so jetzt er hat er hat er da mit oder vor allem ein das ist die abgestellten wo auch was man das was weggepackt geile Kiste wir müssen dringend in die Saison muss man wohl doch später zurückblatschen machen das heißt noch mehr das ist ein Schreibtisch okay was kriegen wir hier jetzt das ist eine gute Frage wie geil ist das denn wir haben noch größeren Rucks wir haben jetzt ein Medium den kleinen grünen dem Standard ausrüstungsmäßig kriegst ja und das haben wir einen Latsch das haben wir haben gar nicht im Ernst wie geil ist das denn da geht man drauf ist das jetzt der das ist der Latsch ähm wie tauschen die ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich auch nicht wo kann man denn sehen dass wir den anderen tragen normalerweise wie geht denn das ne ich will nicht droppen willst du? ne 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 die nehmen wir mit ja lass uns erst mal da gucken genau komm wir gucken mal in der Friezer rein ok ok ich hab keine Ahnung ich weiß es nicht wow Bromance was war das andere keine Ahnung wir gucken direkt mal wieder weiter unten weiter unten weiter unten und nochmal Bromance ach das war so ein Barrel hier äh nicht Barrel wie komm ich denn da drauf so ein so ein so ein so ein so ein wir haben gut hier was bekommen ein Snackbar man soll ich gar nicht glauben voll geil hier so ein Energieriegel wollte ich sagen warte mal was leuchtet denn da links weiter links da ach so ok das ist die Safezone da hinten ja Outpost wahrscheinlich aber wir müssen jetzt mal gucken sind wir auf der richtigen Seite ich will ja auf die andere Seite ach so da war anscheinend an dem Zipfel noch keiner sollen wir mal die anderen Gebäude durchforsten ja sollen wir mal todesmutig sein deswegen gehen wir jetzt hier rüber wieder wie hat letztens so nett einer bei dir geschrieben Gumbus du bist ja schon lange nicht mehr gestorben ne ja aber hallo das soll auch bitte schön so bleiben ok aha wo ist er denn keine Ahnung na der Frenchy Fry die sind alle ziemlich weit verteilt ist keiner bei uns in der Nähe die sind alle sehr weit entfernt der ist auf der alten Karte der andere nicht der andere ist hier unten ne der ist auch auf der neuen aber der andere ok ist aber gar nicht mal so verkehrt sich mit jemanden zu verbünden und liebe Leute wir haben beschlossen beschlossen nicht mehr so defensiv zu spielen sondern ein bisschen haut drauf genau dann kommt man auch zu was genau man muss ja mal sehen dass wir zu wir waren ja mal leveln und so ne ja genau man so ein bisschen mehr als nur so ein bisschen so hier können wir auch noch gucken ii wasser das ist ein nasse Füße ein schreier wie war das nochmal mit ein bisschen offensiver spielen ich glaube der hat uns entdeckt hinter dir bingo bingo jetzt würde ich mich verpieseln bevor gleich das ein oder andere kommt weil die schreier sind echt fies ne die sammeln die ganze Truppe zusammen die Sackgesichter obwohl ich will da aufs Haus der war wohl nicht laut genug scheißegal wir gehen zurück ja ich will die sachen haben ja er hätte ja sein können dass da jetzt in 0,0 nichts einer spawnt und dann haben wir die Arschkarte ja hätten wir Pech gehabt ja allerdings so das hätten wir schon mal erledigt den Spasti hätten wir schon mal geschossen war da ein Spucken weniger so jetzt gehen wir hier mal aufs Haus der um war nämlich ein Hubschrauber drauf ein Huppetops hab ich gar nicht gesehen wo du nicht ein Hing guckst ich passe gut auf meine Umgebung auf ja das macht man ja auch so nicht wahr aber die haben nix hinterlassen glaube ich hier war schon jemand alles leer geräumt na gut was uns nicht daran hindert ins nächste Haus zu latschen genau wir nehmen mal ein bisschen was zu trinken blub so jetzt geht's abwärts abwärts ja wir müssen auf jeden Fall sehen dass wir hier weiter am Ball bleiben aber eine Safe Zone wäre auch natürlich nicht mal gar nicht mal so schlecht was hast du vor ich will uns die Waffen zusammenbauen ach so aber ja aber das Outpost ist echt wir müssen nach links hä wir müssen hier rüber ok du hast wieder schneller geguckt als ich ich habe wahrscheinlich zu viel Weininfos dass ich ein Knick in die Pupille habe was leuchtet denn da rechts wo da hinten da hast du gesehen da 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 siehst du das siehst du das ja ja safe zone ah ok hier wir haben aber nicht mal eben glaube ich rüberkommen ne guck mal auf der Karte da ist das doch auch verzeichnet mit dem Wasserschätzlein ja wir sind äh am Arsch der Welt wir müssen uns nach links halten ich glaube das ist das ist noch neueres Terrain da da kommst du nicht rüber wir müssen irgendwie ne wir müssen hier rüber jetzt erstmal also erstmal gerade auswandern nein hast du das nicht gesehen auf der Karte doch doch ich hab das gesehen Riesse da rechts ist noch nur ja ne da will ich nicht hin hier hoch will ich den Zipfel da hoch ach so mhm jetzt im Haus wir gehen jetzt an den Zipfel hier rein können wir irgendwie nicht ne das war doch auch das Haus wo wir schon drin waren aber da geradeaus könnt sie vielleicht mal ich trau dem raten hier nicht ne ne aber wir versuchen das einfach mal ja mal gucken mal gucken ob es hier was gibt so hallo gekoppelt ja das müsste die andere Seite sein oder hallo hüpf mal ja leck mich doch es geht wieder nicht umgehen das nicht aha hat er uns verascht hier ist nichts hier ist gar nichts hätt ja sein können spring ruhig todesmutig da rüber hier waren wir auch da ist auch nichts am Dach ne okay vielleicht darüber mal irgendwie so irgendwie so da rein ne ne ja wir gucken mal vielleicht finden wir ja was ne ja vielleicht können wir noch was finden ja ich finde die mal gerne fast buddy jesus wie kommt man auf die Idee sich so zu nennen tja keine ahnung voll geil ja ja könnte vielleicht passen hier können wir nicht ecken und quetschen wow die sind alle killed hier die werden alle umgebracht im Moment Watcher, Golem der andere hat Selbstmord begonnen wow ups da leuchtet es aber da ist nur nix drin ne oh oh der Kubus traut wieder keinem nein ich traue niemandem im Zelt vielleicht guck mal im Zelt oh hier ist ganz viel Blut da hat jemand eine Party veranstaltet hier ist nichts wo sind wir denn jetzt wir können noch ein bisschen ein Arsch der Welt ähm du hast noch ne Einladung gekriegt aha aha ne RC the Beast oder irgendwie sowas äh ja send you a group ja wow guck mal wie wir auf der Karte sind auf einmal nicht übel wo kommt ihr denn alle her nehmen wir alle an ok dann gucken wir mal wo die sind die Jungs wo bist seid ihr denn ach der ist da am Anfang der Karte ach der ist da am Anfang der Karte ja lass ja mal latschen was another search is underway ja was heißt denn ditte we are those AP services located ach where wir sind ja im Arsch der Welt im Moment unterwegs schnitzen mit dem Lesen hast du nicht ne nicht so wirklich aber da macht ja nichts hier kann man sich gut verstecken I don't know wow wir sind hier wirklich am Arsch der Welt gelandet ja 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 aber so richtig mal gucken wir mal auf die Karte und geben immer weiter das zipfel erkunden also ja vielleicht gibt es ja hier noch was da bin ich dabei marco allerdings das ist ganz okay ja das ist fast zu pfehl immer diese kürzel alter nix für alte leute ne nicht wirklich aber da kommen wir gar nicht dran hier da müssen wir daher müssen wir hier um das meet bennett park trefft ihr euch mal da ist seine kirche glück schlack getrat guck auf deinem wasser vorrat aufpassen ich überlege wie wir hier rankommen vielleicht andersrum rechts die andere seite scheiße was soll der scheiß hier du musst außenrum so richtig aus wie viel wasser also noch eine ganze flasche wasser oder oder nur noch bromex wir können auch hier nehmen na ich frage halt nur so das hat einen halben sicherheitshalber verstehst du sicher ist sicher es wird hell die morgendämmerung setzt ein scheiße da kommst du ja nicht rüber kacke alte kacke alte kommst nicht rüber das ganze knicken nur da kommst du nicht hin ein satz lass uns die kirche untersuchen wo sind wir denn wir sind auf dem am marsch der welt genau die kirche ist links von dir ja was ist denn das hier wow also wir sind hier richtig richtig am marsch alter schwede ja geil guck mal da hinten tut's brennen brenn du sau oh was ist ach so ich wollte gerade sagen was leuchtet denn da hier kann man nicht weiter wir müssen also hier irgendwie weiter laufen damit wir da irgendwie rüber kommen tja guck mal auf die karte da sieht man das ja auch mit dem was an ne da kommst du nicht mal eben rüber dann müsstest du wieder zurück gehen ja einmal komplett ich glaub da ist es besser wenn wir da gucken gehen mal noob of raid ne noob of heat bennett park wir können jetzt da oben noch gucken ob wir hier was finden mhm wow also die hintergrundgeräusche finde ich ja schon lustig das hört sich irgendwie an wie so ein liebeskranker Papagei oder ja teilweise so hallo 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 klöchen ich möchte mal aufs klöchen echt ne aber da ist keins und da hat es mir nix wow boah level 20 aber geile aussicht hier mhm gut hier geht es für uns nicht weiter ähm level 20 für irgend so einen mitfielder the president heißt group in white the president wir sind so präsident weiter unten mein ne da ganz unten ja der gehört zu unserer gruppe wir nehmen alles an ja kollegen wo seid ihr alle je mehr desto besser ach guck mal da unten ist der ach so weit geht die karte alte scheiße hast du das gesehen ja ja jetzt ist er irgendwie verschwunden äh warum ich hab keine ahnung hat er uns wieder ausgeladen oder sich entladen weil wir so weit weg sind oder was ja das kann schon sein hat er vielleicht irgendwas schlechtes vor da oben ist der president ganz oben unter uns ja ja die stehen nicht im moment auf der karte ne der war eigentlich ganz unten ja wir sollten mal gucken was ich meine in welche Richtung ist ja jetzt egal wir gehen jetzt einfach hier runter da kacken wir mal so einen haufen drauf wa ja wir müssen mal gucken dass wir jetzt irgendwie äh Richtung safe zone kommen am besten m ja ich bin auf dem Weg äh m da unten was hier ganz unten fälte Outpost m immer geradeaus m denkt an dein Wasserhaus halt naja wir haben ja noch was wrong chat the french fry auf das Haus würde ich gerne drauf ne ja aber das geht ja nicht ne das liegt ja mitten im Wasser da kommst du einfach nicht dran ne schade aber man weiß auch nicht müssen wir halt wieder zurück boah ja von der anderen Seite haben wir ja schon geguckt da war ja nuscht ja also bis wir in der nächsten safe zone sind so da ist ja morgen früh da ist die Kirche ne mhm da wollten wir doch eigentlich mal rein ja komm da gehen wir jetzt erstmal rein gucken bis jetzt haben wir nur einen Schreier erledigt ne ja cool die Ampel funktioniert noch und wenn dann brauchen wir die selber auch haben wir ja wir haben 45er Mann ja aber brauchen wir selber oder ja aber hier kommt es nicht rein die steht unter Wasser ja da da mhm tja steht trotzdem unter Wasser kann man nicht wirklich weiter und hier kommen wir auch nicht weiter tja alter was ist denn das hier für ein Scheiß heute ja da siehst du das nicht auf der Karte überall Wascher ja Wascher Wascher für Hipernindien ne total viel Wascher ich finde das total wascherich wir sind sehr unterhaltsam heute finde ich wer denn ja unsere Mitspieler generell ja die sind alle sehr angespannt ja der eine bittet darum sein ähm was war das ich glaub irgendeinen Rucksack oder so wieder zu ziehen ich hab das jetzt grad nicht im Kopf ja ich vermute mal da hat ihn jemand abgeballert oh alter was ist das denn jetzt mach mal das Licht wieder an voll der Back wir haben aber zum Glück keine Energie verloren das ist wenigstens etwas so wir sind auf einem guten Weg ja aber wie war das noch reiß das Wasser ist verseucht ne ja genau das ist total verseucht deswegen kann man da auch nicht unbedingt rein ja vielleicht kommt es ja da her ja rein da rein da kick mal Bücher wollen wir keine da gehen wir jetzt mal ganz ignorant dran vorbei wir tun so als könnten wir nicht lesen was denn das eine Cantine oder wie ich weiß nicht was das ist sieht ja voll witzig aus ja Kugus wieder ne ich traue niemanden TKA traue keinem anderen ich weiß ja nicht wer hier alles drin ist ganz um eine Ecke könntest du noch gucken dahinter genau ne andere Seite von der anderen Seite müsstest du kommen meine ich hm ist nichts vielleicht finden wir hier oben noch was dahinter meine ich weißt du wo ja jetzt rechts drin ok schade schade wir gehen mal nach oben weil schon mal haben wir das gehabt da stand da hinter eine Kiste ne hier ist auch nichts also bei unserem Glück ist entweder gar nichts oder ganz oben jetzt so ein Gleiter wäre geil ne ja die müssen wir uns noch kaufen ja ne wo du so ein Teil da ganz erobert hast in Anführungsstrichen ziemlich weit oben dich mit dem Gleiter absetzen aber ich glaube da musst du auch erst mal üben ne ja da musst du erst mal üben das ist nicht ganz so einfach weil du dann halt die Taste gedrückt halten musst ähnlich wie bei Cube World als wir damals zusammen gespielt haben ja so ungefähr alter schade wir können hier die ganze Haus hochklettern ich glaube wir haben das Ende erreicht das ist das Sonnendeck ja ich glaube es auch was hier ist nirgendwo was schade es hat sich nicht gelohnt hier rauf zu laufen ne ganz Arbeit von Nüsse egal gehen wir wieder runter runter geht schneller als rauf ja schön schwindelig ja ich muss gleich kotzen ja ich muss gleich kotzen ne von der Seite kommen wir genau wenn dann fück dich du Sau so genau ja wir sind richtig antique sent you a group invite ne ich glaube wir machen uns jetzt mal vom Acker wa ja für heute glaube ich und beim nächsten mal sollten wir uns vielleicht aussuchen in der Safe Zone zu spawnen ne das geht nicht ne nein warum nicht weil du da nicht spawnen kannst warum du kannst da nur spawnen wenn du gestorben bist oh kacke okay social oh man kommt nun wo ist er denn die Antike da na jetzt nicht so ist nicht so wichtig so mhm ja wir haben noch ein nettes Stück vor uns normalerweise bis wir da hinkommen wo wir hin wollen ja bis da unten hin ähm was steht denn da überhaupt was Train Yard Outpost achso mhm dahin ja wir lesen von jetzt gleich vor toll den ganzen Weg da runter das ist viel wo sind denn unsere Kollegen sind die alle wieder raus die haben uns glaube ich alle wieder ausgeladen weil wir zu weit weg waren ne die sind gar nicht mehr drin geh mal weiter runter ne weg sind sie aha na gut gucken wo ist der denn der ist ne french fries da noch da und dann auch viel ist da ja was haben wir hier ganz rechts ist was aha was aha ja wir sind alle sehr weit weg von uns tja das gibt heute keinen mehr mit irgendwie was reißen ja das glaube ich auch nicht wer will 10 schön für dich warte mal wo müssen wir da nicht hin wir müssten jetzt eigentlich rechts rum ja rechts ne das geht nicht wir müssen leicht links ne warte mal links leicht links wir müssen hier hier rüber ja an dem gebäude vorbei und dann wieder rechts ja oh killed by your watcher der el fuego hat auch überhaupt gar kein glück ne der arme kerl armes schwein du du hast mein mitgefühl ja ja das passt nicht ja das ist auch wieder wahr wir sind ja auch oft genug gestorben ja warum hört ganz schön west aha ja von hier sind wir ja gestartet letztendlich ja 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 wer das saß no west und ähm wir gehen gerade in die falsche Richtung aber wir müssen einmal hier ja hier hat es angefangen hier endet es auch würde ich sagen genau in dieser stelle machen wir einen kleinen break und hoffen dass wir beim nächsten mal distanztechnisch weiterkommen genau das werden wir schaffen und dann noch ein bisschen einsammeln genau okay wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann tschüss